Hä? Warte mal, wie, wie, achso, ich kann ja mit dem Ding springen. Ja, wie, oh! Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Happy Wheels. Das letzte Mal waren wir stehen geblieben bei Paluten Car Test. Das hatten wir noch abgeschlossen, glaube ich zumindest. Und machen dann dementsprechend weiter mit Paluten, wer das? Von Joy MC. Joy MC Productions oder so präsentiert, wer das? Hast du mehr Angaben bzw. Info? Hast du dir nicht verdient? Weil Baum. Hm? Äh, ich liebe dich. Hm? Und, los geht's. Schauen wir doch mal, was wer das ist. Wer das liest, ist doof. Und was macht die nette Dame da? Was geht denn hier ab? Sowas wollen wir doch gar nicht sehen. Und ich muss jetzt hier erstmal draufdrücken. Jetzt fahr doch mal los, Kollege. So, genau. Mach'se platt. Diesen unmoralischen Schmutz hier in meinen Happy Wheels Let's Plays. Das gibt es doch nicht. Und ebba. Und nochmal der Sprung. Oh yeah. Und das scheint eine, eine, äh, Anreihung von, äh, ganz, ganz vielen. Wow! Hä? Warte mal, wie, wie, ach so, ich kann ja mit dem Ding springen. Ja, wie, oh! Dammit! Ja, aber warte mal, Kollege. Wie soll ich denn da hochkommen? Und du blödes Handy. Verdammt! So, kurz wegwerfen. Zack, zielsicher auf der Couch gelandet. Ich werfe es nicht mehr auf, äh, auf das Bett. Denn, äh, das eine Mal war das ziemlich knapp. Oh, oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, 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 genau. Dam, 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 dam. Mann! Aber wie soll ich... Ja, 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 cool. Cool, Kollege. Warte mal. Jetzt hier rüber. Oh Gott. Ich probiere das jetzt noch einmal, weil es ist irgendwie dieses Ziel. Ist einfach nur mega korrupt. Und das kann man dann scheinbar nur schaffen, indem man hier mit diesem blöden Ding hochge... Oh! Weiter geht's. Mit dem nächsten Level. Danke an Joy MC. Ähm, Paluten im Bossi Brew von Honey Macaroni. Dieses Level ist nicht sehr einfach, es ist machtbar, es ist kurz, hektisch und mein erstes Level. Ich bin der Teufel in Person, ich bin der große und mächtige Denizov und bin gekommen, um den Level zu erstellen, das dich echt fordert. Hier bitte ein blibiges, böses Lachen einfügen. Good luck. So, schau. What? Ähm, ähm, warte mal, warte mal. Au! Ja, wie, was? Will er mich ver... Ah, bläbeln. Ja, aber wie soll ich denn da... Nein, nein, flieg! Nein! Was ist denn hier? Oh! Komm schon! Yes! Nein! Jetzt! Ah, warte, wir müssen direkt... Direkt... Oh, wir leben! Ha! Ha! Oh, oh! Ey, was ist denn? Wir sind... Ich war... Ah, ich hab wieder vergessen, auf die Uhrzeit zu gucken, die muss ich mir jetzt unbedingt... Oh! Merken, damit wir... Yes! Fahr, fahr! Nein! Oh, Mann, was ist heute los? Werden hier einfach nur abge... Schla... Ja, yes! Warte! Nein! Oh, warte, das hätten wir... Fast ge... Yes! Jetzt aber, komm! Nein, warte, geht der... Oh, der Turbo geht noch und die Sachen wurden ausgelöst. Das ist gut. Warte mal, ich muss das mal... Wisst ihr? Und da... Ich hatte nämlich... Ich muss mal kurz hier... Ähm... Da hatte letztens jemand reingeschrieben... Paluten, ähm... Es sieht so aus, als hättest du gar keinen Spaß mehr an Happy Wheels. Ich muss sagen, ich hab immer noch Spaß an Happy Wheels. Allerdings muss ich, glaub ich, sagen, es würde halt nur wirklich mehr als halb so viel Spaß machen, wenn... wenn ich nicht wüsste, dass das immer eure Levels sind und dass ihr mich da versucht zu trollen. Wenn ich jetzt, glaub ich, noch mal wechseln müsste zu, ähm... Nur Levels aus dem Internet, also von anderen Leuten, dann, ähm... Würde mir das wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Spaß machen. Aber diese... Weil... Wenn ich dann immer sehe, dass ihr... Solche... Nein! Nein! Oh, komm! Levels erstellt und... Es ist auch einfach nur frustrierend, also so die ersten 10 Minuten so immer top motiviert und dann so die letzten 5 Minuten sind dann manchmal... Kampf! Nein! Wir leben noch! Ha! Boah! So! Wir landen jetzt hoffentlich hier gleich irgendwo. Komm schon! Komm schon! Ich weiß nicht, wo wir landen. Nein! Nein! Wir sind... Wir sind zu weit nach oben geflogen! Nein, da kommt er doch noch! Da ist er wieder! Da ist er wieder! Ja, jetzt Landung. Oh, warte. Jetzt bitte nicht. Das gibt es doch nicht. Ich weiß. Ey, tu mir. Ach, dieses Level, das ist doch einfach nur... Ja, warte, warte. Das ist jetzt einfach der First Try. Stopp, 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 stopp. Stopp, stopp, stopp. Genau, lass es einfach mal runterfallen. Dann müssen wir jetzt hier nur elegant drüber. So. Zack, hier nochmal. Komm schon. Oh Gott. Nein, 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 nein. Okay, aber... Nein, nein! Ach, dieses Level, was ist denn... Ach, komm, das wird keine Rekordfolge. Verdammt. Ähm, ja, danke an Holy Macaroni. Weiter geht's mit Paluten... Was ist denn hier Palutenheart Nummer 1 von Azumo? Ey, Paluten, viel Spaß bei dem Level. Das ist das Erste, was ich hier gebaut habe. Viel Spaß. Ey, das ist doch... Yo, ist richtig. Was ist denn... Ey, komm, Leute. Das sind doch Levels, die sind einfach nicht machbar. Es sei denn, man... Oh, oh. Ja, toll. Die Erste habe ich ausgelöst, aber da warten wir einfach nur. Also, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist einfach so... Das sind so unfaire... Oh! Unfaire Levels, die man einfach nicht packen kann, weil sie einfach mega korrupt sind. Zählt euch das doch mal rein. Ich muss so... Oh! Oh! What? Ich muss irgendwie so antäuschen, dass ich die alle... Da... Ja, vor allen Dingen sind da unten. Yes! Oh, da sind aber tausendprozentig immer noch welche. Warte. Jetzt sind wir nach vorne. Warte mal, ich muss mal hier... Jump. Und jetzt. Alle... Hopp! Oh! Oh, sehr elegant. Warte. Jetzt nochmal. Nein! Oh, der wäre aber trotzdem... Ey, komm. Ich... Das tut mir echt leid. Aber das sieht... Allein schon von der... Konstruktion einfach... Oh, oh, was? Nein! Da... Ja, komm. Tut mir leid, ey. Da widme ich mich lieber Levels, die einfach fair sind. Die schwer sind, aber auch wirklich machbar, ey. Da musst du einfach nur... Frustration! Ich hasse euch! Vorsicht! Ich mache jetzt nicht ernst. Obwohl... Ja, okay. Nee, nee, nee. Nee, also ich bin gefrustet, aber ich hasse euch nicht. Oder vielleicht doch. Vielleicht hasse ich euch alle insgehalten. Vor allen Dingen bei Happy Wheels. So, weiter geht's mit Paluten Jumpin' Far. Weil das Problem ist auch immer, ihr seid immer schon so ein paar kleine Sadisten. Also, ähm, das... Es wird dann, ja, Frustration bis hier oben, weißt du? Oder da steigt mein Blutdruck. Mein... Was gibt's noch? Ich weiß es nicht. Mein Puls. Und, ähm, meine Herzfrequenz ist aber auch völlig banal. Was laber ich nur für eine Kacke? Hallo Paduk, mein erstes Level für dich. Aber folgende Levels werden sehr unregelmäßig kommen, weil ich sonst immer an PC von meiner Schwester muss. Viel Spaß! Okay, Ricardo... Äh, äh, Ricardo nicht... 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 So... H... H... D... 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 Okay! Los geht's! Und ich muss auch sagen, ich bin echt heute auch mal wieder ein bisschen... Bisschen angeschlagen. Also, ich werde einfach dieses... Ich wache immer morgens auf und hab einfach tierische Kopfschmerzen. Und die gehen dann erst abends weg. Und wisst ihr was? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind jetzt gerade schon sieben Minuten oder so im Video. Und das ist, glaube ich, mein erster Victory. Oder hatten wir da? Wer das, habe ich nicht geschafft. Impossible ebenfalls nicht. Und, ach... Schrecklich. So, wir müssen auf jeden Fall weiter auf die nächste Seite. Jetzt müssen wir wieder konzentriert weitermachen. Und das hat er, glaube ich, zweimal gepostet. Jump in Farm. Ja, genau. Das ist genau das Gleiche. Dann machen wir weiter mit Kite Rider und Palutens Spielplatz. Heyo Paluten, herzlich willkommen zu meinem ersten ganz unspektakulären Level. Viel Spaß mit freundlichen Grüßen, Kite Rider. Oh, komm, gucken wir doch mal. So. Oh, das sieht doch... Guck mal, das sieht doch schön aus hier alles. Ein bisschen Frustration. Oh, warte mal. Ich muss... Ja, aber ich kann hier kein Tempo machen. Komm schon. Du solltest dich doch einfach nur mal nach vorne drehen. Das kann er doch sonst. Aber nein. Ich muss... Oh, klar, ich verliere doch meinen Kopf. Ist ja alles richtig geil. Ist ja alles richtig... Ja. Aber ich muss mich da so nach vorne drehen. Sonst komme ich hier überhaupt nicht durch. Kann ich denn... Ich glaube, ich kann auch keinen anderen Charakter wählen, oder? Ich probiere das jetzt nochmal hier kurz. Jetzt, 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 jetzt. Nein! Change Character? Oh, es funktioniert doch. Ja, dann nehme ich doch einfach den hier. Was ist heute los? Ich kann nicht mehr. Ich... Ach, komm. Ich brauche doch nur mal ein paar... Ein paar Erfolgserlebnisse. Ein schöner Victory mal hier. Vorsichtig, warte mal. Jetzt einfach schnell durch. Jawohl! Nein, 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 nein. Oh Gott! Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Der kriegt keine Erfahrungspunkte. Der will uns einfach nur töten! Und da ist doch endlich der Victory. Nice. So, dann an Kite Rider. Weiter geht's mit Paluten. Sehr schwer von Turbo Crafter. Hi, Paluten. Ich habe mir mehr... Äh, habe dir mal wieder ein Level gemacht. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich wette, dass du das Level nicht schaffst. Oh, no, 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 no. Schauen wir mal. Okay, okay, okay. Ich glaube, das ist der gleiche... Alter, und der Sound ist auch voll laut. Und da ist wieder dieser blüte Cursor im Weg. Weil ich es einfach... Müssen wir hier hoch? Ich glaube schon. Alter, wie das Blut hier einfach überall. Über den Bildschirm. Nein, 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 nein. Du sitzt doch noch auf dem Fahrrad hier. Ach, komm schon, Happy Wheels. Du, du... Ach, wieso... Wieso beschleunige ich denn da selber? Ich muss bremsen. Bremsen, bremsen. Bremsen. Ja, wie soll ich das denn schaffen, Kollege? Oh, yeah. Nein, stopp. Warte mal, so hat es gut funktioniert. Wenn ich bremse, stopp und dann... Oh, komm. Wisst ihr, guck mal, jetzt ist so die... Setzt die Frust... Nein, wir leben. Die Frustration ein. Guckt euch das doch an bei solchen Situationen. Ich bin nicht mehr bekloppt. Ich kann nicht mehr. Oh, Mann. Also, ich... Ich brauche so ein schönes, gechilltes Level. Was? Warte mal, nach vorne lehnen. Bremsen. Yes, wir haben es überlebt. Ja, und er lebt immer noch. Nice. So, jetzt mache ich gar nichts mit links und rechts. Fall hier einfach nur runter. Das wird nichts. Oh, Gott. Das gibt es. Wow. Yeah. Ach, da unten geht es weiter. Ja, warte, 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 warte. Ganz ruhig. Ah, Gott. Warte, wir leben noch. Jetzt, jetzt, jetzt. Komm, stopp, 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 stopp. Stopp. Und du fällst einfach weiter. Ja, ja, warte, 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 warte. Da müssen wir doch erstmal längs hier. Da müssen wir doch erstmal längs. Komm schon. So. Was ist denn... Ja, und wenn man dann nicht... Ach, komm, ey. Das ist doch heute... Heute ist... Ich glaube, wir haben... Wir feiern mal wieder Weltkorrupt-Tag. Also... Nein, und da... Au. Das ist doch hier... Und täglich grüßt das... Ich muss doch einfach nur mal den Anfang überleben. Jetzt. Jawohl. Und dann... Nein, nein, nein. Zurück, zurück, zurück. Kann ich irgendwie zurückdrücken? Zurück, zurück, zurück. Nach links. Nein, und dann fliegen wir zu weit zurück. Ich kann nicht... Ey, das gibt es nicht. Jetzt aber. Ey. Oh. Ach, Gott. Wieso probiere ich das eigentlich? Ich bin einfach wie so ein Hamster, der... Der... Ach, komm, ey. Tut mir leid, ey. Das... Doch, aber der... Victory ist doch so nah. Ich weiß auch nicht, wie es da noch weitergeht. Jetzt, komm. Bitte, 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 bitte. Ey. Man zerfetzt einfach. Was soll ich denn hier machen? Yes. Stopp. Ja, aber... Warte mal. Wieder zurück. Wieder ein bisschen zurück. Nur leicht zurück. Und dann falle ich einfach da. Vielleicht nochmal. Mann. Oh. Oh, warte, warte. Warte, 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 warte. Komm... Nee, ich komm da nicht wieder durch. Ich werd einfach wieder in der Luft... In der Luft einfach zerrissen. Jetzt. Bitte, bitte. Oh, Mann. Tut mir leid. Ey, das geht einfach nicht. So. Letztes Level. Echt. Das ist einfach heute. Paluten Weltall von Bockert Place HD. Hey, Paluten, das ist mein viertes Level für dich. Viel Spaß. Okay. Bockert Place. Du, du musst mir jetzt den Tag retten. Guck mal so. Guck mal ganz chillig. Wir sind so im Weltall. Einfach ganz ruhig. Einfach ein bisschen im Weltall chillen. Boah, jetzt fallen wir so ein bisschen runter. Und dann ist doch da der Victory. Und ich würde mal sagen, ähm, das war's für heute. Eine mehr als korrupte Folge. Ich werd mich jetzt wahrscheinlich, ähm, irgendwo in der Ecke verziehen und weinen, um das nochmal zu verdauen. Ich wünsch euch allen trotzdem noch einen angenehmen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal bei Happy Wheels.